Ja Freunde, willkommen zu World of Generals, World of Tanks Generals. Ja, ich habe, ich habe mich für die Beta angemeldet und habe, ich glaube das war vor ein, zwei Monaten, und habe jetzt die E-Mail bekommen, dass ich angenommen wurde. Kann man auch hier Endnutzer Lizenz lesen. Ja, und zusätzliche Erfahrungen für den ersten Tagessieg. Ja, und ich würde sagen, wir starten dann mal im Tutorial. Okay. Okay. Oh, gut in der Ben. Ich glaube, ich nehme die Liberty. Oder die SFL, okay. Also das Spielprinzip finde ich recht interessant. Das finde ich wirklich interessant. So. Jagdpanzer vor allem immer zuerst. Okay. Okay. Warte, dass die TP des Sturmtrupps mit jedem Angriff weniger werden. Okay. Okay. Finde ich recht interessant. Oh, ich weiß, was das für ein Panzer ist. Das ist ein Panzer aus dem Ersten Weltkrieg. Okay, dann holen wir noch einen neuen her. Okay, das Spielprinzip finde ich wirklich schön, muss ich sagen. Okay, dann wenden wir mal die Runde. Also das Spielprinzip ist wirklich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Dann greifen wir die mal an. Beenden die Runde. Das ist ganz schön interessant. Also ich mag das Spielprinzip. Gegner tut man halt bis zu zwei Schaden. Okay. Okay, ich muss sagen, das Spiel gefällt mir wirklich. Okay, wir spielen also gegen einen Deutschen. Hm. 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 So, dann beenden wir die Runde. So. So. Dann beenden wir die Runde. Okay, wir haben sieben Punkte. Dann greifen wir jetzt mal den an. So. Damit wär der aus dem Spiel. Okay, dann wenden wir mal die Runde. Oh Wir beenden die Runde Und Gucken wir mal was jetzt geschieht Oh wieder ein Leichttraktor Oh das ist nicht gut Okay ich würde sagen Die spielen wir dann nach da Die schicken wir dann ein nach vorne Und sagen Der muss weg So dann sagen wir da Der bitte da hin So dann da und da So und damit beenden wir dann die Runde Und der Gegner ist dran So dann haben wir hier auch die Artie Okay Der soll ein vorrücken Der soll auch ein vorrücken Und der auch Der soll nach da Der soll Der kommt nach da Der greift da an Ja und damit beenden wir die Runde Und damit wäre er auch besiegt Das war natürlich jetzt nur ein Bot Aber wir sollen es ja erstmal lernen Das spiel Das spiel Ja Token Ist natürlich ein schönes Spiel PvP-Gefecht Und dann suchen wir mal nach einem Gefecht Okay Er hat auch dieses Deck Und dann integrated Also das war 사랑 Und dann sieht安en aus dann werden wir die Runde Ah, die Areti Okay, die habe ich jetzt noch nicht Oh Ja, jetzt verschiebt er seine Panzer Genau, und jetzt kraft er vom Ausbildungsquartier auch her einmal an Okay, dann bin ich jetzt dran Ich habe nur 6 Punkte zur Verfügung Okay, dann bin ich jetzt hier Okay, dann bin ich jetzt hier Okay, dann bin ich jetzt hier So, dann beenden wir die Runde Jetzt nicht So, mal gucken, was mein Gegner jetzt tut Tut, macht, je nachdem Ja, der T24 ist ein schöner, starker Panzer Oh Uh T6 Das finde ich nicht, ne? Ja, ich würde sagen, dann komme ich Und wieder komme ich mit dem Thesen Ne, ich komme mit dem T35 Ich finde Ich glaube, der T35, der tut Das finde ich jetzt Ja, ich werde mal Tj. Das finde ich . Ja Das finde ich Spannend Das ist Ja Fünf Sie Ich Sie Sie Die Das ist Entschuldige Okay So chemicals Vielen Dank. Ich würde sagen die Runde wenden wir und der Gegner ist dran. So, mal gucken was er macht. Oh, den T35-1. Ja, damit hat er... Na, ich glaube mein A7V ist jetzt weg, genau. Jetzt kloppt er da nochmal einmal mit dem T35 drauf und dann ist der Geschichte. So, okay. T6. 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 Vielen Dank. Schüttel genau sie sind Pantzliger zurück er sein T6 zurück das ist nicht so schön es war mal mein Panzerjäger jetzt hat er auf den T24 drauf das ist nicht so schön jetzt haltet er sich hoch das ist nicht so schön das ist nicht so schön es ist nicht so schön so wie es das ist So verschiebe ich die Karte oder lasse ich das? Kann ich den verschieben? Kann ich den Schrauben? Ja, ich bin der Schrauben. Ich bin der Schrauben. Ich bin der Schrauben. Ich bin der Schrauben. So, dann wenden wir die Runde. Oh, jetzt packt er den Panzerjäger aus. Das würde nicht reichen. Was hat der vor? Naja, ich weiß nicht was er sich denkt, aber seinen Panzerjäger werde ich auf jeden Fall nicht angreifen. Oh. Ja, ähm. Ja, ich weiß nicht. 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 Also mein LTT, L1, LTT, den kann ich glaube ich abschminken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, noch ein T-35-1. Ah, der will mein MS-1 ausschalten. Was zum Teufel hat er vor? Oh, noch ein T-35-1. Vielen Dank. Vielen Dank. Was hat er vor? Was für ein Panzer hatte er jetzt im Petto? Oh, ich verstehe nicht ganz, was er davor hat. Er geht in die Defensive. Er geht in die Defensive. So. So, damit beende ich jetzt die Runde. Mal gucken, was er hat. Mal gucken, was er vor hat. Mal gucken, was er jetzt vor hat. Was hat er vor? Was hat er vor? So, das lassen wir... So, das lassen wir mal zu. So, das lassen wir mal zu. So, das lassen wir mal zu haben. 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 dann wenden wir die runde mal ich bin damit natürlich ganz schön jetzt zuge ich hab damit ganz schön jetzt zugeschlagen okay also er kommt auch mit einem panzerjäger jetzt ist die frage panzer hier hat er will mein t35 ausschalten jetzt verstehe ich das aber warum so damit ist er weg vom feld ok dann gehen wir mal weiter oh erforschen so dann gehen wir mal zurück Zurück zum Hangar zurück bearbeiten. Oh, ich muss eine Karte entfernen. Speichern. So, und wie lange nehmen wir jetzt schon an für den 35 Minuten auf? Ja, ich würde sagen, das war es dann auch mit dem ersten Part der World of Tanks General Beta. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüss.